Alter, schmiede mich grad salzig. Komm, schmeiß mir deinen Kuchen die Ziegelsteiger noch mal. Der Ziegelsteiger noch mal. Man merkt, das ist Endgame-Kontent. Nicht im Kühlregal. Deine Mutter kann auch nicht treffen. Heute nicht. Ich bin Kühlregal. Das klappt nicht. Das klappt verdammt nochmal nicht. Jetzt muss ich mit Controller spielen. Damit endet meine Geschichte. Ich hatte versagt. Mir war es fast gelungen, mit dem Indigo-Kind zu fliegen. Ja, du hast verkackt, Junge. Ich bin wieder mit der Mausten-Tastatur. Mit Controller spielen auch Schmutz. Da guckt mir die Nase. Alter, Fenowski, geht der Kampf mir auf den Sack? Da guckt mir die Nase. Ich habe den Sack. Ich habe den Sack. Ah ja, sieh jetzt nicht mehr einladen. Das war's. 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 Das war's.